Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Ahmed hier, Sturmfighter, Killer Boss und Coolzocker, aber der ist jetzt leider, der hat noch kein Headset. Ja und mit mir halt. Und ja, ich habe Recruit. Wir zocken heute noch eine Runde Rainbow. Ja liebe Leute, mit meinem Team, mit meinem Hardcore Team. Und ja, wir haben uns hier gerade auf die Aufnahme gerade hier interessiert irgendwie und jetzt habe ich Recruit genommen. Mal gucken, gleich schaffen wir das dann mit. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn hier Leute aus der Party drin sind, liebe Leute. Das ist halt so. Also ihr könnt drehen, ne? Ahmed oder so. Könnt ihr bitte leise sein gleich, weil Coolen muss zuhören, weil er will die Banditaktik. Die Banditaktik oder was? Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut behälter lokalisiert. Warte, geh jetzt mal durch. Also ich schlage vor, wir machen eine Runde. Eine Runde Multiplayer, ja. Dann gibt es einen Hardcore-Packet oder was? Ja, ich mache nur eine Runde Multiplayer, nehme ich auf. Ja, ist doch gut so. Weil Waymo, zu viel Waymo. Und einer spielt Pokémon. Und Coolzocker ist weg. Ach, der ist mit Schild, Mist. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. IQ, okay. Was? Machst du der ist da mit dem Schild oder was? Ah, ne. Wir gucken mal. Wir gucken mal Ahmed zu. Okay, Ahmed. Gut. Ach, mit Lieblings-Operator, liebe Leute, ist Cavera, ja. Mit dem kann er echt gut spielen. Oh, Sturmfahrt, du bist weg. Ja, ich hör mal, ich war da, halt, ähm, der Rasen vor, weil ich ne, wo viel. Konnen, die sind schon zu dritt, das können wir packen. Die sind aber nur noch zu zweit. Achja, Montage ist ja weg. Stimmt ja. Oh, na, na, na. Komm, Ahmed, das packst du los. Das ist jetzt spannend hier. He, die schießen sich selber ab. Habt ihr das gesehen, liebe Leute? Die schießen sich einfach selber ab. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Pass auf, pass auf, Ahmed. Gut, Ahmed. Alter. Ahmed ist hier der Pro von uns fünf. Ne, liebe Leute, nur zur Info. Er spielt das schon richtig lange. Er ist Level, weiß was ich, Level 137 oder so. Er spielt das seit Release. Also, hardcore hier. Okay. Und Pessi ist der Party beigetreten. Pessi? Ah, hi. Ja. Was ist? Wir machen gleich ne Runde. Wir sind sieb. Ja, okay, von mir aus. Ja, okay. Jetzt sind zwei Leute reingekommen. Nehmt ihr ein Video auf. Nehmt ihr ein Video auf. Nehmt ihr ein Fuse. Ja, okay, aber... Nehmt ihr ein Fuse. Also, könnt ihr mich jetzt einladen, oder macht ihr gerade noch ne Runde, oder... Wir machen gerade ein Youtube-Video, ne? Hehehe. Leute, geht mal bitte alle raus. Leute, ich bin auch auf Youtube. Ich bin auch auf Youtube. Ja, okay. Ja, aber seid mal leise, bitte. Ja, liebe Leute, sorry, ähm, die reden jetzt hier zur Zeit viel zu oft hier, also... Vielleicht hab ich mir auch überlegt, mal alleine in Let's Base zu machen, wenn ich... Könnt ihr mich einladen, oder? Seid mal bitte leise. Ich bin sowieso grad, ich bin sowieso grad noch in deiner Runde. Ja, erklär mal den Fuschauern, warum du mich eigentlich droningst. Ja, wieso soll ich... Ja, du weißt ja das... Ich weiß, dass du pur bist. Was soll ich da noch erklären? Ja, erklär mal denen. Ja, er spielt da... Du spielst das halt länger, das ist halt das Ding. Und du hast auch mehr Taktik. Und du hast das Ziel gefunden. Oha, die haben Frost und so. Und die haben einen Recruit. Hehehe. Frost und Recruit. Ist so. Und Puls. Und Rook. Und Kaivera. Ja. Liebe Leute, wenn ihr mehr von Rainbow Six Siege sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und lasst auch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das Video hier. Also wenn es gefällt. Oha, oha, oha. Oha haImmer! Nein das schreibt es sicher ohne Achten! Liebe Leute, habt ihr das gerade gesehen? Der hat mit... Oaaaah. Der hat durchs Fenster geschossen. Wir müssen hier aufpassen. Die lauern schon vorne an den Eingägen. Ah cool! Ok, Fuse ist halt das Problem, der ist halt immer so langsam, ich dring mal hier mit Springladung ein. Dann macht die gerade neun, oder? Nein, ja, ja, ich mach gerade ein YouTube-Video und deshalb soll nicht so viel in der Party sein, sonst labern die, weil das ist halt jetzt nicht für die Zuschauer hier. Nee, wie viele Abos hast du? 228, ja. Ne, ich hab zwölf Fünf ist es zwei, oha, wir nehmen die. Den hab ich geholt, ne? Dieser Twitch hat mich als Futter benutzt, dieser Pernisch, krass. Lade Magazin nach! Urlaub von Twitter, ein Leben, du hast jetzt weg. Ok, wir haben geworben. Nein. Geht mal bitte raus, es ist zu laut. Ah gut, werd den abgeschossen, cool zocker. Stumm gehackt. Ja, aber das Match hier ist das grad bisschen blöd. So, wir nehmen wir mal, liebe Leute, wir nehmen mal Puls, damit ihr erstmal seht, wie gut er ist. Shotgun. Du sollst jetzt mal arbeiten. Komm, mach keine Aufgaben. Einen Augen so, liebe Leute, gestunzt. Tut beleid, weil sie sind ein bisschen zu laut, dann hört man mich nicht so, weil die einfach zu laut sind. So, liebe Leute, jetzt geht es weiter, auch wenn es ein bisschen ruhiger ist. Sorry für diese Unangeblichkeit. Gut, dann versteckt man jetzt hier. Hier war eine Drohne irgendwo, ja, hier war irgendwo eine Drohne. Da ist. Nur noch 10 Sekunden. Neue Kameraübertragung läuft. Nur noch 5 Sekunden. Neue Kameraübertragung läuft. Ja. Ja. Also ich, 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 liebe Leute, also ich hab die erstmal ein bisschen, ein paar gestummt, die so zu laut sind, weil, also auch die Leute, die das jetzt angucken, das Video jetzt hier, ähm, an die, die das jetzt angeguckt, also später angucken, ähm, ja, tut mir wirklich leid, nochmal, ähm, ich werde versuchen, die Leute, die einfach zu laufen und nerven, einfach mal, ähm, stumm zu schalten. Das wollte ich sagen. Ja. Weil das geht eigentlich wirklich nicht. Okay, wir haben hier einen Feind, das ist halt die Fähigkeit vom Pulslimme, Leute. Man kann einfach mit diesem Scanner hier, ähm, die Leute, also die Feinde identifizieren und dann mit der Shotgun halt. Oh, er hat Rauchgranate gesetzt. Sag mal, das ist Kapital der Neue. Kapital. Also, liebe Leute, es gibt ja, es gab ja ein neues Update mit den zwei Operatoren, hab ich schon im letzten Video gesagt. Warte, 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 warte. Ja, ja, das Sturmfighter macht zu. Ich scanne, ob da jemand ist. Ich wurde entdeckt. Die sind alle hier, da, wo ich zeige. Sturmfighter, die sind alle da. Alles klar, er sprengt einfach auf. Ich hab gesehen, es hat schon öfters geklappt. Ich verhör mal jetzt. Ja, mach. Alles klar. Ah, ich, ich drück schießen. Und er verliere. Nur noch ein Gegner. Wohlwag jetzt. Oh nein, ich bin verletzt. Oh Gott sei Dank. Mann, ich hab ihn aber gegen Kopf geschossen, aber er hat erst noch überlebt. Ich schaffe einfach... Gut Sturmfighter, dass du mir Rückendeckung gegeben hast. Immerhin. Puls klärt. Und wir haben... Gewonnen 3 zu 0. Fakt mal mir Danke, ich hab euer Arsch gesetzt. Drei Leute habe ich gekillt für euch. IQ, Termfighter und noch Kapitel. Gut, liebe Leute. Und wir haben sogar 150 Ansehen bekommen, weil wir dreimal Multiplayer haben. Und wir haben 406 dazu bekommen. Und 3.020 EP. Und ich bin Level 24, liebe Leute. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ähm... Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Und... Wollten wir jetzt nicht Benutzer spielen? Wer bricht ab, gut. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Folgen wieder. Haut rein, liebe Leute. Macht's gut. Sagt ihr auch Tschüss? Ciao. Ciao. Ja. Ciao. Leute. Ja. Wollasten.